Heute sieht es nicht nach Regen aus. Da habe ich Glück gehabt. Ein Drache? Verdammter Mist! Gegen ihn kommen wir nicht an! Ziehen wir uns kurz zurück! Neue Formation! Ich könnte ihn ablenken. Er muss nur mal kurz hersehen. Hier kommt der Hochgeschwindigkeitsmeer-Gemüseversion! Was zur Hölle war das? Was war das denn? Es ist ja wie eine Rakete explodiert. Ach ja, ganz vergessen, meine Angriffskraft hat sich doch so erhöht. Dennoch sehr eigenartig.